und damit willkommen zu einem übernatürlichen video bei spoiler warnung heute reden wir mal über die schlimmsten dinge welche die brüder winchester so getan haben die beiden haben zwar die welt mehr als einmal gerettet allerdings haben sie auch dinge getan die man wirklich kaum verzeihen kann und die wirklich sehr unangenehm waren darüber reden wir heute schreibt mir an der stelle eure meinung dazu in die kommentare und ansonsten checkt gerne die playlists ab und lasst ein abo da aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen like das video und wie gesagt kommentiert mit eurer persönlichen meinung würde mich wirklich interessieren fangen wir direkt mal an der erste fehler wiederholt sich einige male beispielsweise in staffel acht haben sie die möglichkeit die höllentore zu schließen sie haben die möglichkeit die dämonen aufzuhalten und dean entscheidet sich dagegen weil er nicht bereit ist sams wohler gehen gegen das der ganzen welt und somit eigentlich auch sam einzutauschen und somit kommt es dazu dass sie das doch nicht beenden auch später tötet dean richtig random den tod und holt dann auch amara zurück und das auch nur weil er nicht bereit ist sich oder sam zu opfern oder vor allem sam nicht zu opfern ich meine sam ist ein wenig rationaler im großen und ganzen zumindest kämpft er nicht immer so darum die ihn zurückzuholen wenn was ist bzw hat eine gewisse opferbereitschaft im endeffekt gibt er aber dennoch nach und ich verstehe es ja wenn man als normaler mensch seine lieben über der welt stellt ich glaube es gibt viele die sagen würden dass sie für ihren vater ihren bruder ihre freundin ihren besten freund oder sonst wen auch viele vielleicht sogar ganze länder oder die welt opfern würden aber wir reden über die winchesters die protagonisten der geschichte es gibt das verdammte winchester evangelium dienst bester freund ist ein verdammter engel also warum sind sie so sollten sie nicht die märkürer sein und das hat man hier schon mehrmals gesehen dass sie hierbei bereit sind füreinander auf alle anderen zu scheißen auch adam ist ein gutes beispiel dieser schmort in der hölle besser gesagt im käfig mit lucifer und michael bis in alle ewigkeiten es ist ihnen egal während dem musical denken sie sich auch kurz ja da war ja noch adam der sohn unseres vaters unser bruder sollten wir den nicht mal da rausholen ich meine füreinander hätten wir schon berge versetzt und für adam naja lassen wir das ist ein bisschen zu anstrengend außerdem schließen sie freundschaft mit massenmördern crawley hat alle ihre ehemaligen freunde umgebracht hat haufenweise probleme verursacht ist das böse in person gut nicht ganz so böse wie lucifer ist ja immer noch fergus mcleod aber er ist halt crawley und obwohl crawley das alles gemacht hat schließen sie mit dem freundschaft ich meine die und er sind sogar ziemlich gute freunde später klar okay es ist eine gewisse hassliebe hier und da sam und crawley mögen sich nie so aber seien wir ehrlich die sind schon irgendwo befreundet und ziehen irgendwie schon an einem strang und das obwohl crawley ein verdammter massenmörder ist sie wollten ja mehrmals aufhalten später sind sie freunde klar crawley hilft ihnen aber das macht doch nicht vergessen was passiert ist wir reden hier über crawley der typ war ein haupt antagonist für so lange zeit neben lucifer ist er wahrscheinlich der antagonist in supernatural denn er hat halt mit auch die meiste screen time sogar die meiste screen time neben den brüdern halt und cash sogar mehr als bobby mehr als lucifer also crawley ist ein charakter der sehr viel getan hat und größtenteils hat er eben böse dinge vollbracht ruin aus und charakter mit dem sie einfach freundschaft schließen sogar mit lucifer arbeiten sie irgendwie zusammen und auch mit metatron gut metatron ist ja irgendwo noch ein gut gewesen aber er hat kevin erledigt und auch hier kevin stirbt es ist ihnen relativ egal nicht gänzlich egal aber relativ egal also sie sind jetzt nicht bereit berge zu verschieben um kevin irgendwie zurück zu holen im endeffekt muss kevin damit leben und lebt hat das geist weiter und ganz ehrlich das ist jetzt nicht wirklich ein schönes verhalten gebe über seinen freunden gut charlie haben sie wenigstens gerecht bei der lächerlichen familie stein und wir haben ja nicht nur die brüder wir haben auch john und mary mary im endeffekt mit ihrem deal irgendwie das schicksal von zählen besiegelt und ja okay das wird ja immer wieder angepasst ist er die wahre hülle ist ja nur eine potenzielle hülle dies das okay aber sie hat einfach nur um john zu retten das schicksal von zählen besiegelt und aus ihm einen verdammten blutsauger gemacht also ganz ehrlich das hat sam definitiv nicht weiter geholfen und auch ihr großvater war nicht so ein cooler charakter auch er hat viel riskiert mary zurückzuholen und am ende haben sie ihn sogar erledigt also sogar den eigenen großvater indirekt erledigt also ja aber gut verdient hat das irgendwie also samuel war jetzt nicht so ein guter charakter dieser war ja mit dem seelenlosen sam unterwegs und der seelenlose sam hat auch unersprechliche dinge getan und war definitiv kein guter mensch der seelenlose sam war irgendwie auch cool aber auch keins mal den hat sehr viel getan was sie einfach schrecklich war aber auch vor allem der eigentliche sam eben der blutsauger sam mit ruby im endeffekt war es ihre schuld dass die apokalypse eingeleitet wurde klar kann manche sagen das hat chuck so geschrieben das wollte chuck so ja stimmt schon aber dennoch am ende war es ja trotzdem die brüder sonst kann man sagen ja alles war chuck und chuck wurde besiegt also im endeffekt haben sie auch lucifer auf die erde geholt und später weigerten die sie sogar die hülle zu sein ich meine gut andererseits ist es was gutes andererseits ja hätte michael mit ihnen natürlich auch lucifer aufhalten können hätte er die hülle nicht dann hätte er wahrscheinlich sogar deutlich gewonnen und so dynamisch war er kam im endeffekt doch nicht man dachte ja zuerst die halbe erde wird in nasche verwandelt aber seien wir ehrlich also ja der kampf war jetzt nicht ganz so gut wir sind einfach in der luft hin und her geschwebt und haben sich mit irgendwelchen feuer bellen beworfen aber also im großen und ganzen war das jetzt nicht ganz so fancy da müssen wir schon ehrlich zu uns selbst sein das hätte man viel besser machen können aber gut super natürlich war ja nicht für sein gutes budget bekannt auch decken die sich immer wieder oder belügen sich beispielsweise was wenn die betrifft hat ja die noch gelogen und ja wenn die war kein schlechter character aber auch hier gab es im endeffekt probleme und auch selber beispielsweise die die zu nahe verlaufen lassen und im endeffekt hat die noch den sohn laufen lassen was irgendwie bescheuert ist weil ja gut er kann ja rache üben und er ist noch ein kind aber ganz herrlich dann bände es doch lieber gleich bevor du ihn in zehn jahren umbringen muss also diese logik erschließt sich mir nicht ganz um ehrlich zu sein und ja unabhängig davon auch auf mary bezogen sie hat mit dem man of letters gearbeitet und hat ihren jungs gefühlt weniger vertraut als catch und war jetzt nicht gerade die beste mutter im endeffekt hat die jack geholt aber naja ich habe sie nicht wirklich vermisst wenn wir ehrlich sind sie jetzt nicht ganz so cool war auch john war ja im endeffekt dafür verantwortlich dass sam dann weggelaufen ist und studiert hat und die beiden haben sich jetzt auch nicht so gut connected johns erziehung allgemein war jetzt nicht die beste aber im endeffekt hat sich schon geopfert und hat irgendwo das große ganze gesehen also john finde ich persönlich dann hierbei doch noch den besseren charakter als die beiden wenn es darum geht unabhängig davon nicht aber trotzdem john hat ja im endeffekt ein gewisses pflichtbewusstsein gehabt sie haben es nicht wirklich gehabt aber trotzdem muss man im endeffekt sagen es sind trotzdem die jungs sie haben trotzdem viel gutes gemacht aber auf ihrem weg sind so viele ihrer freunde gestorben sie haben sich mit feinden zusammengeschlossen teilweise haben sie dinge verziehen die sie nicht hätten verzeihen sollen ich meine was crawley mit ihren ehemaligen freunden gemacht hat und allgemein die gefahr die von crawley ausgeht das ist einfach too much und ich denke dass es zwar cool für die story war da ich crawley auch persönlich mag aber jetzt aus sicht der jungs aus realistischer sicht was sinn ergeben würde menschlich betrachtet war das definitiv ein fehler und auch jack gegenüber haben die sich jetzt nicht ganz so gut verhalten ich meine im endeffekt sind sie ein bisschen zu cholerisch gewesen und das gegenüber dem sohn von lucifer mit diesem unendlichen potenzial also ich weiß ja nicht aber auch sam hat hierbei im endeffekt seine familie großgezogen und hat sein ding gemacht die ihn ist dann im himmel gelandet also die rpn haben sich ja doch noch irgendwo verdient und an der stelle eure meinung dazu gerne in die kommentare was sind eurer meinung nach die schlimmsten dinge welche die brüder je getan haben und in diesem sinne würde ich sagen danke für eure aufmerksamkeit das nächste video erscheint wenn jetzt erscheint bis zum nächsten mal ciao und tschüss bis zum nächsten mal